Die Große Koalition hat sich auf ein 130 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket geeinigt, um die wegen der Coronavirus-Pandemie lahmende Wirtschaft zu stützen. Die Mehrwertsteuer soll für sechs Monate von 19 auf 16 Prozent abgesenkt werden. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz wird von 7 auf 5 Prozent heruntergesetzt. Die EEG-Umlage sinkt, um Strom billiger zu machen. Für kleine und mittlere Unternehmen gibt es zusätzliche Überbrückungshilfen im Volumen von bis zu 25 Milliarden Euro. Familien erhalten einen einmaligen Bonus in Höhe von 300 Euro pro Kind. Der Freibetrag für Alleinerziehende soll angehoben werden. Zusätzlich drei Milliarden Euro fließen in den Ausbau von Schulen und Kitas. Zuschüsse an die Sozialkassen sollen sicherstellen, dass die Beiträge nicht ansteigen. Kommunen erhalten Unterstützung bei den Wohnkosten von Hartz-IV-Empfängern. Eine Übernahme von Altschulden durch den Bund wird es dagegen nicht geben. Die Förderung für Elektroautos wird bis Ende 2021 verdoppelt. Außerdem gibt es Flottentauschprogramme für Firmen und Handwerker. 2,5 Milliarden Euro sollen in den Ausbau der Ladeinfrastruktur fließen. Tankstellen müssen künftig Ladesäulen anbieten. Eine neue Kaufprämie für Autos ist dagegen nicht geplant. Die Deutsche Bahn erhält 5 Milliarden Euro zusätzliches Eigenkapital. 2,5 Milliarden Euro deles.